Was ist das für ein Geräusch? Es ist der Gesang von Buckelwalen. Und auf dem Klangspektrogramm kann man sehen, dass die Frequenzen des Gesangs von Buckelwalen und Finnwalen sich nicht überschneiden. Im Webspecial Die Symphonien der Natur hören wir Naturgeräusche nicht nur wie nie zuvor, wir sehen sie auch. Die noch junge Wissenschaft der Klangökologie wird hier erklärt. Bei der Weltreise in Naturgeräuschen sehen wir sehr deutlich, wie gefährdet die fragilen Ökosysteme sind und erfahren endlich mal wieder Stille. Vielen Dank. Vielen Dank.